Sehr geehrter Herr Vizepräsident Karras, Frau Bundesministerin Edstadler, Herr Fachverbandsobmann Harrell, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Einladung in die Wiener Hofburg. Und auch gerade wegen dieses außergewöhnlichen Veranstaltungsortes tut es mir wirklich leid, dass ich heute nicht persönlich bei Ihnen sein kann. Denn mir liegt sehr daran, mit Ihnen einige Gedanken über den digitalen Wandel in Europa zu teilen. Viele von Ihnen sind seit langem Wegbereiterinnen und Wegbereiter dieses digitalen Wandels. Sie stecken ganz tief in all den Themen drin. Daher möchte ich direkt auf zwei wichtige Punkte zu sprechen kommen, nämlich das Thema Gigabits und die Herausforderung, die wir gegenwärtig bei Halbleitern erleben. Beides ist entscheidend für die digitale Zukunft unserer Wirtschaft und natürlich für den Wohlstand unserer Bürgerinnen und Bürger. Gigabits sorgen für Tempo bei der Speicherung, Vernetzung und Weitergabe digitaler Informationen. Wie wichtig das ist, haben wir während der wiederholten Lockdowns erfahren. Obwohl sich unser gesellschaftliches Zusammenleben zum Teil dramatisch verändert hat, ging es im Beruf nach, klar, anfänglichem Holpern, bald nahtlos weiter, dank digitaler Lösungen. Und Sie kennen das ja auch. Ganz egal, ob man nun ein Unternehmen führt oder für Kunden als Beraterin arbeitet oder Student ist. Schnelles Internet ist kein Luxus mehr, im Gegenteil. Es ist die Grundvoraussetzung, um heute wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ich bin sehr froh, dass die österreichische Regierung diese Ansicht zu 100 Prozent teilt. Sie hat gerade dafür gesorgt, dass der Europäische Kodex für die elektronische Kommunikation in nationales Recht umgesetzt wurde. Unser gemeinsames Ziel ist, Europa fit zu machen für die Gigabit-Gesellschaft. Heute haben 39 Prozent der österreichischen Haushalte schnelle und leistungsstarke Anschlüsse. Aber wir sind uns alle einig, das muss mehr werden. Der Europäische Kodex soll private Investitionen erleichtern, da wo der Wettbewerb funktioniert. Aber wir müssen auch darauf achten, dass bei dem Ausbau der schnellen Netze keine Lücken bleiben, dass das schnelle Internet auch dort ankommt, wo sich die Investitionen für Unternehmen nicht immer rechnen. Und genau hier kommen öffentliche Gelder ins Spiel. Und Österreich investiert kräftig. Auch dank unseres Wiederaufbauprogramms Next Generation EU. 890 Millionen Euro gehen in den Ausbau Gigabit-fähiger Netze. Bis 2030 soll es bei der Versorgung mit Highspeed-Internet keinen Unterschied mehr machen, ob man in der Stadt oder auf dem Land wohnt. Das ist europäischer Mehrwert. Für Österreich und für ganz Europa. Mein zweiter Punkt betrifft Halbleiter. Denn ohne ausreichende Versorgung mit Chips stockt jede Digitalisierung. Sie wissen vielleicht, dass 2020 ein Rekordjahr für Personal Computer war, wenn man sich die Wachstumsraten für das vergangene Jahrzehnt anschaut. Seitdem hat sich der Trend allerdings verlangsamt. Und das liegt vor allem an einem Mangel an Halbleitern. Das ist ein weltweiter Engpass und er trifft uns auf breiter Front. Und es geht längst nicht mehr um Laptops oder PCs, sondern um Haushaltsgeräte, Smartphones, Autos. Ganze Produktionsstraßen sind heruntergefahren oder machen gleich vollständig dicht, weil die Halbleiter nicht da sind. Und gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Halbleitern ungebremst. Das liegt auch daran, dass wir besser werden, zum Beispiel am Übergang vom Cloud zum Edge Computing und an der steigenden Zahl der weltweit vernetzten Geräte. Bis 2030 könnte das, sage und schreibe, 200 Milliarden Geräte werden. All das führt uns deutlich vor Augen. Bei der Frage der Versorgung mit leistungsfähigen Chips steht die gesamte technologische Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie auf dem Spiel. Und die Zukunft unseres einzigartigen Binnenmarktes. Wir müssen jetzt handeln. Und zwar zusammen europäisch. Und aus diesem Grund schlägt die Kommission einen sogenannten Europäischen Chips Act vor. Ziel ist es, unser hochentwickeltes europäisches Halbleiter-Ökosystem zu erweitern. Wir wollen Unternehmen, Spitzenforschung und Industrie in einer Allianz zusammenbringen. Es geht darum, die Innovation und die Entwicklung zu bündeln, privates und öffentliches Kapital zu mobilisieren und dann gemeinsam in die Massenproduktion zu investieren, wirklich ein Ökosystem zu schaffen. Die Nationalstaaten sind dabei ein enorm wichtiger Partner. Österreich hat bereits 125 Millionen Euro für ein gemeinsames europäisches Projekt für Mikroelektronik bereitgestellt. Das sind wirklich vorausschauende Investitionen. Denn Europas globaler Marktanteil an der Mikrochips-Produktion ist leider von 40 Prozent in den 90er Jahren auf heute 10 Prozent zurückgegangen. Wir sind heute bereits zu sehr von einer gerade mal Handvoll Lieferanten vornehmlichen Asien abhängig. Und da müssen wir besser werden und aufholen. Und daran liegen auch große Chancen für unsere hiesigen Unternehmen. Viele Weltmarktführer der IT-Branche sind hier in Österreich zu Hause. Und sie wissen, es geht um mehr als um die Entwicklung der nächsten Generation von Mikrochips. Es geht darum, neue Märkte für bahnbrechende europäische Technologien und Dienstleistungen zu entwickeln. In der Mobilität, in der Medizin, in der Landwirtschaft. Chips sind die Basis für alle Innovationen, die auf Daten und Konnektivität aufbauen. Und wir in Europa, wir wollen dabei sein und wir wollen davon profitieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Europa weiß um seine Verantwortung. Die Kommission gibt den Märkten und Investoren die Richtung vor. Über Next Generation EU habe ich bereits gesprochen. Und es ist gut zu sehen, dass unsere Mitgliedstaaten in ihren nationalen Plänen die digitale Zukunft ganz klar vor Augen haben und investieren wie nie zuvor. Denn allen Beteiligten ist klar, dass wir dieses weltweite Rennen nur gewinnen, wenn wir Hand in Hand hier in Europa arbeiten. Wenn Regierungen und Unternehmen ihre Kräfte für die gemeinsamen digitalen Ziele bündeln. Dann ist Europa mit seiner reichen Forschungslandschaft, mit seinem kraftvollen Binnenmarkt kaum zu schlagen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute interessante und aufschlussreiche Gespräche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.